Glückliche Tage von Samuel Beckett Regie Werner Dügeli Mit Imogen Kogge als Winnie und Ludwig Böttger als Willi Winnie, die Hauptfigur, steckt bis zur Brust in einem Hügel fest, dem gleißenden Sonnenlicht ausgesetzt. Sie hat einzig ihre Handtasche und einen Schirm bei sich. Ihr Mann Willi hat sich am Fuße des Hügels eingerichtet und bleibt weitgehendst unsichtbar, schläfrig und wortkarg. Winnie dagegen, aufgeweckt vom schrillen Ton einer Klingel, beginnt ihren Tagesablauf. Dank der Gegenstände aus ihrer Tasche, Zahnbürste, Spiegel, Lippenstift etc., kann sie trotz der widrigen Umstände an alltäglichen Ritualen festhalten. Aber nicht nur die Gegenstände helfen ihr durch den Tag. In fast ununterbrochenem Redefluss richtet sie sich an sich selbst und an Willi, findet immer neue Motivationen und Gedankengänge, die sie als Antrieb zum Weitermachen nutzt. Mit ungebrochenem Überlebenswillen hält sie an ihrer Grundhaltung fest. Es wird wieder ein glücklicher Tag werden. Winnie erzählt aus ihren Erinnerungen, zitiert aus der Literatur, erfindet Geschichten und versucht immer wieder, Willi aus der Reserve zu locken, im Bestreben, sich die Zeit, den Tag, zu verkürzen. Selbst als sich ihre Situation im zweiten Teil des Stücks noch verschlechtert, hält sie an ihrem Optimismus fest. Sie ist noch tiefer eingesunken. Nur mehr ihr Kopf fragt aus dem Hügel. Ihre Tasche ist immer noch neben ihr. Profitieren davon kann sie jedoch nicht mehr. Die Hoffnung droht zu schwinden. Doch schließlich gelingt es Willi mit letzter Kraft, den Hügel zu erklimmen und sich seiner Winnie noch einmal zu nähern. Beckett benutzt in diesem Stück von 1961 eine für ihn charakteristische, starke, formale Setzung, um die Condition humaine darzustellen, aber auch, um eine Liebesgeschichte zu erzählen. Indem er seine Figuren fast vollständig bewegungsunfähig macht, werden sie fast gänzlich auf ihre Sprachfähigkeit reduziert und diese umso deutlicher ausgestellt. Winis' Gedankenstrom zeigt das menschliche Bewusstsein in unterschiedlichsten Facetten. Wir folgen ihr, wie sie logische Kniffs erfindet, um ihre Situation ins Positive zu drehen, wie sie von Erinnerungen eingeholt wird, wie sie gegen ihre Angst vor dem Verlassen und dem Alleinsein anredet. Die Lehre um sie, dem Nichts, setzt Beckett ihre quirlige Rätseligkeit und ihren standhaften Überlebenswillen gegenüber. Ein weiteres typisches Mittel Becketts ist die asketische Setzung mit nur zwei Charakteren. Die verbale Erfassung von allen Konsequenzen der Dualität und die Zuschaustellung der grenzenlosen Ressourcen eines Paares sind seine Methoden. Winnie und Willi sind ein Paar mit einer langen Geschichte. Gealtert. Winnie schildert melancholische Erinnerungen von damals und ihre Kommunikation miteinander ist monoton, manchmal fast hasserfüllt. Im Verlaufe des Stücks schillern aber ebenfalls unterschiedlichste Facetten dieser Beziehung auf. Verbundenheit, Provokation, Langeweile und auch, dass es einmal geknistert hat zwischen den beiden. Das Zu-Zweit-Sein, die zwei, wird erprobt und findet in der Begegnung zum Schluss ihren Höhepunkt. Der Regisseur Werner Dügelin hat eine besondere Verbindung zum Autor Samuel Beckett. Er lernte diesen in den 50er Jahren in Paris persönlich kennen. Zustande kam der Kontakt durch den Regisseur Roger Blain, Mentor und Freund von Werner Dügelin. Blain war es, der 1953 Becketts Warten auf Godot uraufführte. Dessen Inszenierung besiegelte den endgültigen Durchbruch für den Autor Beckett. Dügelin verfolge damals im Vorfeld zur Uraufführung von Godot die Gespräche in den Pariser Cafés im Kreis von Beckett und Blain. Diese Diskussionen prägten seine Vorstellungen vom Theater nachhaltig. Und Werner Dügelin, der nach seinem Paris-Aufenthalt in die Schweizer Heimat zurückkehrte, war einer der ersten Regisseure, die Autoren wie Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Albert Camus oder Paul Claudel in deutscher Sprache inszenierten. Heute, 85-jährig, entdeckt Werner Dügelin Becketts glückliche Tage nochmals neu. Nochmals muss gesagt werden, da Dügelin das Stück zum zweiten Mal auf die Bühne bringt. Er inszenierte es bereits 1964 an den Münchner Kammerspielen. Dügelin weist den auf Beckett angewandten Begriff des absurden Theaters vehement zurück. Stattdessen setzt er auf die konkrete Wirkung der besagten formalen Setzung Becketts. Er verankert die Figuren ganz im Hier und Jetzt und lässt sie mit Natürlichkeit agieren. Stattdessen